Hey, hey, hey Leute, Philipp hier mit einem neuen Live-Commentary mit Facecom. Mal wieder habe ich mir gedacht, ich habe mein Setup so ein klein wenig verändert, jetzt habt ihr einen besseren Winkel auf mich, auf das Zimmer, Licht ist ganz gut hier mit den Fenstern, von daher bin ich sehr zufrieden damit. Wir legen los und zwar habe ich heute einen MB3 Live-Gameplay-Commentary für euch, ich werde ein Freifahrle spielen mit einer Random-Klasse, die ich mir jetzt mal erstellen werde. Ich würde sagen, die Klasse, wir werden noch mal opfern, ich muss mal ganz kurz gucken, was die Klasse hier ist. Also, wir haben hier eine ACR mit Atem und erweiterte Magazine, habe ich auch im Gold, das ist schon mal ganz gut. Handfeuerwaffen Magnum mit Taktikmesser, auch nicht schlecht. C4 ist bei mir drei nicht so geil, aber was soll es, EMP-Rennart hat einen schönen Range. Recon ist gut, freue ich mich drüber, das ist ein Schimpfakt, Haarliner ebenfalls. Und drübergehand kann man mit arbeiten, als Angriffspaket seht ihr nicht ganz in dem Screenshot, den ich euch gleich noch einblende, den ich beziehungsweise jetzt gerade einblende, habe ich den Präzisions-Luftanschlag, die AH, nee, was hatte ich, ja, AH6-Überwachung und mit 15 Kills den Juggernaut. So Leute, wir suchen jetzt mal ein Spiel und dann sehen wir uns gleich wieder im Game. Bis gleich. So Leute, da sind wir. Freifahrlauf, darum, du wirst gleich erst mal stumm gestellt. Ja, du hättest die Klappe und das ist nochmal ein schöner Anfang hier. Ähm, der Gegner hat jetzt vier Kills, jetzt fünf. Döde, der liegt doch hier. Zwei Kills, yay. Oh, tot, Schiss, egal. Naja, ach, fand ich, Kobra ist natürlich beschissen. Ich hoffe, die Geil hat irgendjemand runter. Boah, leck. Nein. Boah, shit. Was soll das denn? Oh, nicht, spawn direkt wieder hier. Ja, meine Fresse. Hier geht's los, ey, Leute. Boah, was? Zell hat gespawnt? Boah, egal, ich führe. Und da ist der nächste Gegner. Ich glaube, ich bleib hier drin. Da liegt doch einer. Kack, Batze. Nein. Ha, wie geil. Oh, Leute. Was geht hier ab wie sonst was? Meine Fresse. Wo ist er, wo ist er? Für den Kill. Für den Kill. Haffin. Da hinten sitzt einer. Nee, doch nicht. Shit. Egal, die Kobra hat fertig. Jawohl. Das war super. Ah! Jesus. Ich bin so weak. Oh, er ist weak. Oh, geil. Hier, Dings Aufklärung. Pro ist der mal richtig. Boah, die werden hier alle... Oh, shit. Egal, ich wollte gerade sagen, die werden alle wegge... Er ist hier. Oh, EMP. Ey, jetzt gebe ich hier. Was macht der Tobi wieder? Tobi, du assi! Ich mach gerade ein Gameplay, was fällt hier ein? Wie spackt. Okay, doch. Oh, so. Der ist jetzt drin. Na gut. Da sitzt er. What? Ich habe gerade gewohnt. Oh, jetzt geht's hier los, Leute. Jetzt geht's hier los. Oh, jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los. Ah, der Wichser. Gerade so hast du mich aber schreit voll. Aber dich kriege ich. Und vielleicht noch einer, der es wonnt. Der. Wunderbar. Nehme ich. Ey, Leute, das leckt irgendwie sonst was. Und ich gehe mir trotzdem. Oh. Der Wichser. Ah. Na gut. Ich habe aber einen fetten Vorsprung. Der macht mir das recht wenig aus. Wo sind sie? Ah! Hilfe! Wie kommt von allen Ecken und Händen? Seht ihr? Nix. Ja, nix. Ah, die sitzt jetzt überall in den Ecken. Nee, boah, ist doch kacke sowas. Uah! Hat er mich gesehen? Achtung! Feindliche Vorreise! Nix erwischt. Aber dich? Ah, nö, Leute. Dich wohl nicht. Ah, so weak, ey. Scheiße, ich möchte gewinnen. Da ist er. Da ist mir hin. Nee, doch. Scheiße. Oh shit. Ah, das musst du so kommen, Leute. Ich suche die Gegner. Wo sind sie denn hier? Oh, ey. Jawohl. Egal. 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 Ey. Die Spawns auf Toby. Ich weiß, sag euch was. Das ist der Witz. Aber ich habe immer noch... ...eine Fresse-Lies. Ey, jetzt hör doch auf, Junge! Fuck ab, hier. Der mir jetzt auch noch richtig läuft. Okay. Und noch... Und der letzte mit Zivir. Komm schon. Nein, nicht ganz. Meist ein cool, 360? Noch einen. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Was war das denn? Jetzt aber. Nein, auch nicht. Ey, da mach ich 2, 360s und dann wär ich geneit. Jetzt sind dann zu. Game over! Leute, so sieht's aus. Wunderbar. Kicker 3, 2, 1. Und du bist... ...tot. Sehr schön. So, das war's von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, dann würde ich mich über... ein oder zwei Daumen hoch, wenn ihr zwei Accounts habt. Sehr freuen. Ist kostenlos heute. Genauso wie abonnieren, das gibt's gratis dazu, für jedes Daumen hoch. Und ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tsch we�. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017